Ich hatte Besuch am Wochenende von Hood Wifei und Akro Yasi aus FFM Griesheim. Ganz, ganz aggressive Frau. Solltet ihr also heute in Frankfurt diesem Doppelpakt begegnen, 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 kurva, wechselt die Straßenseite. Ja, gern geschehen. Uniklinik Düsseldorf. Absolut, wir sollten beide gleichzeitig live gehen. Was sagst du? Guckt mal, Leute. Größe 46 bis 52. Viel zu groß. Ich würde sehr gerne anziehen wie eine Prinzessin, aber sie läuft rum.